Ich habe auf jeden Fall gefunden woran es lag, was ich übersehen habe. Es waren ein paar Steine, die auf dem Boden lagen. Das war ja richtig blöd. Ich habe schon gedacht, dass ich irgendwas übersehen habe. Und zwar, das muss da sein, wo die Kirche ist. Gehen wir da mal hin. Kirche, da ist sie. Und da gehen wir mal runter. Und zwar diese Kieselsteine. Die habe ich übersehen. Ein paar Pumastonpebeln können in Hand kommen. Sie sind leicht, aber resistent. Oh, ärgerlich. Warum habe ich die denn vorher nicht gesehen? Naja. Jetzt können wir mal zum Waffenladen gehen. Und benutzen die Mama einen Katapult. Diesen Zeichen hat mich zum Waffenladen. Es sagt, neue Waffen. Versuch es. Kein Problem. Das passiert immer, wenn Kinder mit ihnen spielen. Ich werde dich aufbauen. Ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert. Ja, komm. Ja, komm. Jo, okay, klappt. Super. Hoffentlich ist es nicht aufbauen. Sehr gut. Innerhalb der Brille war ein Stück von der Mappe. Rogers Stück. Und eine weitere. Ich fühle mich nicht mit einer realen Waffen in meinem Puckett. Ich würde es lieber nicht mit mir nehmen. Aber ich kann es hier nicht rausnehmen, oder der Verkaufsgericht wird. Ich würde es lieber irgendwo außerhalb der Verkaufsgericht verlassen. Ja. Es sieht aus wie ein guter Platz hier. Jetzt klingt es viel weniger aggressiv. Alter. Mann, Mann, Mann. Okay. Dann haben wir jetzt wieviel... Es wurde gut studiert. Selbst jetzt mit 6 Piepen bekomme ich keine klaren Hinweise. Dann gucken wir jetzt mal, ob der Apotheker jetzt da ist, ne? Die Kieselsteine bleiben übrigens bestehen, das ist gar nicht verkehrt. Mal gucken, ob wir die vielleicht noch woanders benutzen können. Die Kieselsteine bleiben übrigens bestehen, das ist gar nicht verkehrt. Mal gucken, ob wir die vielleicht noch woanders benutzen können. Vielleicht können wir damit... Ich denke, sie können in einem sinnvollen Weg benutzen. Ah, okay. Was wir auch noch haben, ist auf jeden Fall ein Katapult. Oben bei der Kirche, ne? Ich denke, sie können in einem sinnvollen Weg benutzen. Ich denke, sie können... Ich denke, sie können in einem sinnvollen Weg benutzen. Und schön. Eine Gitarre ist immer nutzbar. Aber es wäre ein Waste, um so ein schönes Zeichen zu verhören. Ist der noch irgendwas neben mir? Ich brauche sie nicht. Ich denke, sie würden mir nicht sinnvoll sein, ohne dass ich in einem medievalen Karossel teilnehmen möchte. Aber gerade jetzt ist das nicht von den Dingen, die ich mache. Was wollen wir tun? Hm. Es besser nicht mehr tun. Der Verkaufsgericht war, um die Verkaufsgericht zu verhindern, die von dem vorherigen Schuss zu verhindern. Also würde ich riskieren, ihn zu verhören. Ich denke, sie können in einem sinnvollen Weg benutzen. Ich denke, sie können... Ich denke, sie können... ... Ich denke, sie können in einem sinnvollen Weg benutzen. Ich denke, sie können... Das ist ja auch schön und gut, aber jetzt haben wir das eine Rätsel gelöst und haben die Pistole gehabt, da war ein Stück von der Karte drin, das ist auch in Ordnung. Hm, ich habe noch eine Idee. Wir haben doch bei dem Schmied dieses, äh, dieses Wasserreservoir. Ich glaube, sie können in eine越 Das ist ja nicht schön. Ich denke, sie können... Gehen wir nochmal kurz an die Kirche. Ich denke, sie können in einer mehr nutzlichen Weise benutzen. Ich denke, sie können in einer mehr nutzlichen Weise benutzen. Ich denke, sie können in einer mehr nutzlichen Weise benutzen. Ich denke, sie können in einer mehr nutzlichen Weise benutzen. Ich denke, sie können... Ich denke, sie können... Ich denke, sie können... Ich denke, sie können... Ich habe noch nicht meine Fahrer-License gesehen. Ich denke, sie können sich... Ich brauche es hier nicht. Für was braucht er denn diese blöde Schere? Oh, das ist doch schon wieder ärgerlich. Ist mal ein Stück weiter und kommt doch nicht vorwärts. Ich denke, das würde... Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich denke, sie können in eine einfache Weise benutzen. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ja, die können sinnvoller genutzt werden, aber wie? Sag mir das mal bitte. Ich denke, sie können in eine mehr einfache Weise benutzen. Ich denke, das würde funktionieren. Ich denke, das würde funktionieren. Okay, man kann ja immer nur probieren, probieren, probieren. Ich denke, das würde funktionieren. Ich denke, sie können... Ich kann sie nicht so benutzen. Ich kann sie nicht so benutzen. Ich kann sie so benutzen. Locked. Ich denke, sie können in eine mehr einfache Weise benutzen. Ich denke, sie können... ... 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 Aber es ist notwendig, um eine Strait-Laced-Community zu erhalten. Ich habe immer noch nie benutzt, und es hat schon lange, es hat sich gehalten. Aber heute, jemand hat sich überraschert. Es wird notwendig, um die Holy-Skriptur wieder zu tun. Are you planning to write a Sermon über die Scriptures? Oh, no, son. Das Situation muss sich in die größte Weise beurteilen. Ich habe eine Aufgabe für Sie. Ich glaube, Sie müssen die Ordnung der Dinge beurteilen. Ich glaube, ich bin nicht die richtige Person für es. Sie sind hier in meine Presence, also Sie sind die richtige Person für die Arbeit. Ich wollte es nicht so kommen, aber Dinge sind zu entwickeln. Geh diese Schreckliche Relik. Es wird Ihre Aufgabe, es zu fixen und es außerhalb der Kirche zu stellen. Alles ist bereits gehalten. A Schreckliche Aperture wird die Wurte. Play Forbidden. Ah. Es ist nur ein Zeichen für mich. Young und pure of soul, es ist die Wurde. Das wird die Neu-Skripten-Wurte ausbrechen. Aber es sagt nur, Play Forbidden. Ist das genug für Sie? Mein Gehirn kann nicht überraschern, meine Sermon muss impeccable sein. Aber das Zeichen ist geschlossen. Ask für Hilfe von der Blacksmith, vielleicht kann er dir helfen. Okay. Bye, Son. Sehr schön, jetzt haben wir wieder einen Auftrag. Ich denke, sie können in einer mehr nutzenden... Vielleicht ausschalten. Es ist bereits lit. Es ist nicht sinnvoll für mich in diesem Staat. Es ist nicht sinnvoll für mich in diesem Staat. Es ist nicht sinnvoll für mich in diesem Staat. Es ist nicht sinnvoll für mich in diesem Staat. Es ist nicht sinnvoll für mich in diesem Staat. Es ist nicht sinnvoll für mich in diesem Staat. Es ist nicht sinnvoll für mich in diesem Staat. Es ist der Sign, der der Reverend gab mir, um meine Mission zu beenden. Erst muss ich es fixieren. Es ist nicht sinnvoll für mich in diesem Staat. Es ist nutzlos für mich. Es ist nicht sinnvoll für mich in diesem Staat. Es ist nicht sinnvoll für mich in diesem Staat. Ist er immer noch nicht da, Mensch? Es ist veröffentlicht. Ich bin gleich zurück, danke. Er hat mir eigentlich gesagt, er war ge- Ich hätte besser versuchen... Es ist nicht für mich in diesem... Okay. Wir können ja mal den Schmied noch mal fragen, vielleicht kann er uns helfen. Ich brauche Hilfe. Ich bin auf einer Mission von Gott, oder eher von dem Reverend. In diesem Fall kann ich dir einen Moment geben. Was brauchst du? Der Reverend hat mich mit einer Mission verabschiedet. Ich muss dieses Zeichen verabschieden. Kann ich eine von deinen Geräten nehmen? Ich könnte, was du brauchst. In der Geräte ist ein Multi-Purpose-Tool. Es hilft, um sich zu schrauben, zu schrauben, zu schrauben, zu öffnen und zu öffnen. Es ist die einzige Sache, die ich dir für deine Mission geben kann. Das Rest, ich brauche, um dieses Rack zu reparieren. Ich brauche einen guten Einsatz von ihm. Danke. Goodbye. Bye. Okay, das ist ja schon mal super. Be sure to make good as always, sir. Dann nehmen wir mal das Multifunktionswerkzeug. Good idea. Perfect. Now the sign has a certain stability. It doesn't work. It doesn't work. It has lots of uses, but not this one. It has lots of uses, but not this one. Ah, sehr gut. Ah, sehr gut. Good, son. I can sense that now the church and my concentration are protected. That hellish car won't have any power anymore. Technically it's not off. It can be used again, but the word will stop it. Okay, if you say so. Goodbye. Goodbye, son. You just have to press the button. Let's see what happens. Oh. Oops. Technically it wasn't all my fault. I just followed the reference instructions to the letter. Okay. Now I need it even less than when it was intact. Now I need it even less than when it was intact. Okay. Come on. Hold still, son. Don't touch anything. At least until I know who did it. At least, until I know who did it. Okay. Ich denke, sie können in einem mehr nutzlichen Weg benutzen. Es hat viele Verwendungen, aber nicht dieser. Es hat viele... Vielleicht können wir ihm dann sagen, das war der da draußen. Red-haired. Anything else? Stocky. Any distinguishing marks? He had a slingshot. It's clear. Classic Richard. I'll go and resolve the situation. Nobody can distinguish the sacred church of Bonetown. Schilder von Bonetown. Schilder von Bonetown. Schilder von Bonetown. Schilder von Bonetown. Beacon der Gemeinschaft. Und weg ist er. Weird. I could have sworn there were some micro-inscriptions on the glass. Actually, this glass shard contains a piece of the map. Supposedly the one belonging to Reverend Drake. Heard contains a piece of the map. Heard contains a piece of the map. Heard contains a piece of the map. Better not. I'd risk to get cut. Almost there. Hier, ich bin schon auf sieben Stück. Es ist geschlossen. Der Verwärter hat eine Notiz gelegt. Ich werde gleich zurück, danke. Er hat tatsächlich... Ich hätte besser versuchen... Es hat viele Verwendungen. Oder wir müssen in der Bibliothek versuchen, die Kiste aufzukriegen. Lass uns versuchen. Es funktioniert! Ich hörte einen Klick. Empte! Es scheint so strange. Es gibt etwas, das in dieser Karte nicht aufzunehmen. Lass uns sehen. Wie ich dachte. Es ist eine falsche Brücke. Ich brauche nur etwas, um es öffnen. Ich denke nicht, dass das funktionieren würde. Es sollte funktionieren. Bingo! Das Knochenfile ist entstanden. Aber es ist nicht wichtig. Es ist etwas viel mehr Precious drin. Es ist ein anderes Stück der Karte. Und ich denke, es ist der Karte. So, super. Jetzt haben wir den achten Teil. In der Zwischenzeit. Oh... Ach, der Apotheker kommt zurück. Hören wir doch da mal hin. Ist da auch seine Süßigkeiten? Oh ja, mein Denergy Drinks, huh? Oh ja, mein Denergy Drinks, huh? I can glimpse something under the text about the ingredients. It's a receipt. It says, I, Dr. Alfred Every, on July 15th, 2008, deliver to Steve Bonnet the artifacts found in the basement. In exchange, Mr. Bonnet transfers to the Every family, free of charge, the property of the building where the family business is actually located. The agreements will not be disclosed. Yours faithfully, Dr. Every. It's countersigned by Steve Bonnet, too. To which artifacts is Dr. Every referring? If the agreements have not been disclosed, the only one that would know anything about it is Uncle Steve. I'd better get over to his office to investigate. Eight pieces. Just one is missing. Weird, Steve's not here. In the meantime, I could inspect his office looking for the receipt of Dr. Every. So weird. There are no notes on these papers. They're all blank. What can they do? Wait a minute. There's a button under here. I could be wrong, but they seem to have been placed in the way to hide something. There's nothing. Let's see what happens by pressing it. Oh, super. There's a button under here. I just thought it was a drawer with some kind of mechanism. What if this time a hatch opened and the better not take... Mal gucken, gehen wir mal nach oben. It closed back automatically. There's probably another device in this room that makes it open. Why all this secrecy? And what's this room? Better take a look around. Okay. There's nothing useful here. A rope is always useful. So I come on immagable, you know. I thought it worked the same as the one in Steve's office. Instead, this is just a simple globe. There must be another way to get out of here. And what's this? It looks like some sort of diary. There's something inside. I don't think I'm mistaken. This is a piece of the map from Kid's crew. It's surely Evarys. The last piece missing. Finally, the map is complete. On this piece there are some coordinates. 47 degrees north by 78 degrees east. Brilliant. The coordinates are useless without the rest of the map. The light will guide you. 47 degrees north by 78 degrees east. It must have something to do with the old lighthouse. There's also a strange coin. Why is it here? What does Steve have to do with this story? There must be something I'm still missing. Let's see if there's an explanation in the diary. 47 degrees north by 78 degrees. I don't think that would work. I don't think that would... It has lots of uses, but not this one. It's useless this way. I need this to frame... I need this to frame... Hm. Wie komme ich jetzt aus dieser blöden... Ach, hier geht's doch weiter. Alles klar. Drei Zettel... D-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Es war so stupid. All the pieces of the map are needed to find the treasure. I have to escape from here and unmask Steve. This diary will be the proof. Better go to the old lighthouse. The light will guide you. Let's hope that's true. Boss, hey boss. What's going on? Boss, we can't find a young morgan anywhere. Impossible. He can't be volatilized. Continue to search. If he has his father's insight, he has surely discovered something that we've been missing till now. I'm going back to my office. This city needs a person able to guide it. All right, let's go. It's Steve and the innkeeper. They're in collusion. I have to get out of here as soon as possible. I don't want to take all of this with me. Better let some fresh air in. Good idea. This seems to be the only possible way out. See you soon, Steve. Okay, das ist ja schon mal geil. Den können wir jetzt... zum Leuchtturm. Okay, let's drive. Was hat er gesagt? 47... 78... Okay, dann müssen wir das hier nochmal ein bisschen höher stellen. Und dann, äh... Und dann, äh... Der nach da. 47... 48... Es ist praktisch unmöglich, wenn du keine Koordnungen hast. Es gibt kein recognizable Platz, wie eine Reference, um die Lichthaus zu schützen. Okay, lasst es versuchen. Wieso wirst du noch mal... Es hat nicht ganz hingehauen. Wir müssen noch einen runter... Bingo! Yo! This is the point marked on the map. Super. Let's see in what direction the lighthouse is pointing. Good. Very well. The lighthouse is positioned according to the instructions on the map. The light points in the direction of the cemetery. Better go check. Das ist ja gut, dann gehen wir doch da mal hin. Okay, dann brauchen wir bestimmt die Münze. Maybe this coin wasn't used as currency in the earthly world, but rather to pay the ferryman for a journey to the afterlife. Let's try. Oh, huh? Wo geht's denn da hin? Where did I end up? It seems like a natural cave. I can't believe it. This is a colony of Mexican psilocybe. One of the most powerful hallucinogenic mushrooms in the world. Professor Jones showed one of these in class when explaining Aztec rituals. Their sour odor is unmistakable and the conditions for growth seem to be ideal. Humid and lacking sun. Only a strong adrenaline rush can counteract their effect. They're supposed to proliferate only in a few areas in Central America. How did they end up here? I'm also wondering, who put these wood barrels here? I'd rather not touch them. This species of mushroom is extremely dangerous. The Mexican psilocybe, even if taken in small doses. Okay, können wir die damit irgendwas abschneiden? I don't think that would work. Ne? It has lots of... I don't need it. Okay, vielleicht mit ner... Better not. They're... Ne. Faut nicht hin. I'm not an arsonist. Okay, vielleicht kommt er ja noch irgendwie in... Finden wir noch einen Behälter oder so. Um die dann einzusammeln. Oh. Altes Piratgeschoss, das ist ja schön. Gehen wir doch mal die Trittleiter hoch. Oh, ha. But, but, who said that? Who dares board my ship without permission? Who's talking? Are you a ghost? Show yourself. How dare you give orders to me? Only I can give orders. Nö, wie ein Geist sieht der aber nicht aus. It can't be. I can't believe this. My... My God. Dad? 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 Is that really you? I have no sons. I'm the Adventure Gallery's captain. My name is only whispered in both the old and new worlds. Some people call me the Scourge of the Seas. I'm William Kidd. Who are you? Don't you recognize me? It's me. It's me. Willy. What tone is this? Boy, remember who you're talking to. I'm Kidd. What happened to you? You're not Kidd. You're Henry. Henry Morgan. Don't you ever mention that name in my presence. Morgan and Blackbeard are the reason my crew and I are here. If it wasn't for their betrayal, right now we'd be the masters of Tortuga. Instead, Morgan and Blackbeard mutinied, hired their own crew and attacked us. But nobody can take possession of William Kidd's treasure. Remember well these two names because they're the worst enemies of Kidd's crew. Morgan and Blackbeard. What I wouldn't give to meet you face to face. And now, speak plainly. For what reason are you here? Hmm. Dad, wake up! My kids are my crew. And you don't seem to be a... I sell cookware, mattresses, and bikes. The Quartermaster already stowed our supplies. We don't need anything else. Isn't this the way to the rotten teeth? I don't believe you're in an age for that club. Dap? Captain? I'm the new deckhand you were waiting for. It's about time. You have permission to board and immediately get to work. The bridge needs a clean sweep. Ask the Quartermaster to give you everything you need to make this ship shine. I'm going back to my cabin now. I have to plot the route for our next destination. Tortuga is waiting for us. What's happening here? How could Dad still be alive? Why doesn't he recognize me? I better get on the galley right now. I have to get my Dad back home. The ship is completely deserted. I guess Dad, or kid as he now considers himself, is in his cabin to the stern of the ship. I don't want to shoot a cannon. It's a cannon from the 17th century. Even if I wanted to, I couldn't use it. It hasn't got a wick. What's happening now? I hope it's something important. There are rats inside the magazine. That's the reason you've been brought on, Deckhand. Try to earn your daily rations. Anything else? Someone stole the last barrel of grog. What? This is really serious. But the quartermaster can take care of it. Anyway, no less than a hundred lashes with a cat-o'-nine-tails for the guilty party. Stealing the grog. The nerve. Anything else? Captain, can you tell me your story? Is this the reason you embarked? I hoped to understand how you ended up here, Dad. I have no time to get angry now. Go back to your duties. You can hear my story from the other members of the crew. Sorry, Captain. I'll leave you to your business. Good. Go back to your duties, Deckhand. Okay, give me an meiner rum. It looks like a voodoo doll. Some prankster guest of kid must have left it here after his stay. Better not touch it. I wouldn't want its curse to remain active on some descendant of the represented person. Dad is seated at the captain's desk. There's a strange smell coming from the cabin. I can't take it. I can't reach it. I can't take them. It has lots of uses, but not this one. I think they can be used in a more useful way. I think they can be... I don't need it here. Okay. It doesn't strike me as the best time to start reading treatises on 17... An old three-cornered hat. I think it belonged to some captain. Or someone from the upper class anyway. Some well-preserved clothes. Can't be used in a three-cornered hat. But usually they were worn by people. I'd only risk... clothes from the end of the 600. Ah, there's a way to go down there. All right. All right. According to a chronicle of the period, these wooden mannequins, the fear factor, and the number of arms somebody carved them. Better not. The ship... It would be better to use the stairs. This old sword could come in handy. Maybe I can learn how to handle it. If I'm not mistaken, near my house they just opened a school. The sword master. That should guarantee success. Yuck. The hilt is all sticky. Time must have corroded the handles material. Why on earth should I leave through this hole? This cannon is ready to shoot. I should have a valid reason to do that. It's locked. It's locked. If, as I suppose, this is the door to the hold, they have surely reinforced it. I obviously need the key to enter. I could ask the captain if he knows where I can find it. I have to find a better use for them. It's not helpful. It has lots of uses, but not this one. What's happening now? I hope it's something important. It's not a good idea. It's not a good idea. Every new member must get to know the ship and gain the trust of the rest of the crew. I think I already saw everything and talked with everyone. Let's see if this is true of you. Answer these three simple questions. First, name at least one member of the crew, except the captain, that you met on board. Nobody. There's nobody on board. Second question. According to which code have the rules of life on board been drafted? Surely the Atlantic Codex by Leonardo. Third and last question. How many battles have we faced until today? Thirty-six. I'm sorry, you're not ready yet. The answers are all around you. I'll need the key to access the hold. You still aren't every new. I think I am. Let's see first. Then gucken wir mal, dass die Fragen richtig beantworten. Nobody. There's no second question. Surely the third and. Fourteen. I'm sorry, you're not the end. I'll need you still every I think I let's see first. No. Nobody. Second question. Surely the third and. Twenty-seven. I'm sorry, you're the end. I'll need the key to access the hold. You still aren't enough every I think I am. Let's see first. I guess Henry Morgan. Second question. According to which code have the rules of life on board been drafted? Grog and other delights? Third and last question. How many battles have we faced until today? Twenty-seven. I'm sorry. The end's. Irgendeine Frage ist immer noch falsch beantwortet von mir. I'll need the key. You still are every I think I am. Let's see first. Nobody. Second question. Hmm. Third and. Fourteen. I'm sorry, the end's. Okay. I'll need the key. You still every I think I let's see first. Niemand. Second question. I'm sorry, the end's. I'll need the key to every I think I let's see first. Niemand. Niemand. Second question. Sicherheit. Landschroth, Ozean. Hmm. The little prince? Third and last. Fourteen. I'm sorry, the end's. Sorry, Captain. I'll leave you to your business. Good. Okay, dann müssen wir oben noch mal durch die Schlitz gucken. I can't reach it. Life on the Seas. Rules and Tasks on Board a Ship. By William Kidd. It seems Kidd was writing a treatise. Interesting. Don Quixote de la Mancha. It's one of the first editions. They look like nautical charts. Probably routes of the adventure galley. They look like nautical charts. Probably routes of the adventure galley. Hmm. Okay. Da. Dad is seated at the captain's. There's a strange... It doesn't strike me as the best time to start reading treatises on 17th century fashion. These are books on dressmaking in the 1600s. Evidently Kidd cared about being up to date on the evolution of European costumes. Or some guests left them during his holiday on the adventure galley. Was haben wir denn noch in unserem Inventar? Brief. Karte von Borntown. Warte mal. Wir können auch hier mal reingucken. Genau. Hier stehen doch bestimmt wichtige Infos drauf. Aushang Wasserturm. Stadt umgeleitet. Macht nichts notwendig. Kein Trottel. Ich öffentliche Mittel zurückgreifen. Hier ist geschrieben, dass Dr. Alfred Avery ein paar Artefakte zu Steve Ba... Ich bin gespannt, was diese Artefakte... Sicherlich, Steve. So, ich hoffe, Willi der Brief liest. Blablabla. Das haben wir auch alles erledigt. Ich frage mich, wo die Hinweise sind. Dass ich mal die Fragen richtig beantworten kann. Eine Kanone. Ich muss ihnen einen besseren Use finden. Jimbo, der Pirat... Ah, alles klar. Dann haben wir schon mal einen Hinweis. Das können wir ja ein bisschen eingrenzen. So, Jimbo haben mich getroffen, natürlich. So, nehmen wir mal den Ersten. Surely, the Atlantic Codex by Leonardo. Third and last question. How many battles have we faced until today? 14. I'm sorry, the answer. Okay. I'm used to every new... I think I... Let's see first. Jimbo passt schon mal. Second question. Surely, the Atlantic Codex by Leonardo. Third... 36. I'm sorry, the answer. I'll need you still every... I think I'll... Let's see first. Okay. Jimbo, second question. Surely, third and... 27. I'm sorry, the answer. Okay, dann, wenn das noch nicht passt... I'll need you still every... I think I... Let's see first. Dann können wir ja... Also, Jimbo passt... Jimbo, second question. Neh mal Grog und andere Freunde. Third and last. 14. I'm sorry, the answer. I'll need you still every... I think I... Let's see first. Jimbo, second question. Grog and other... Third... 36. I'm sorry, the answer. I'll need you still every... I think I... Let's see first. Aber so kann man es ganz gut eingrenzen. Jimbo, second question. Ähm, den und dann. Grog and other Delights. Third and last question. Die letzte. How many battles have we... 27. I'm sorry, the answer. I'll need you still every... I think I... Let's see first. Jimbo. Ss. Hmm. Third and... 14. I'm sorry, the answer. I'll need you still every... I think I... Let's see first. Jimbo, second question. Grog and other... Third and... 36. I'm sorry, you're not ready yet. The answer. I'll need you still every... I think I... Let's see first. Mun, mun, mun. Jimbo, second question. Hmm... The little prince? Third and last. 36. I'm... The answer. Used to every new... I think I... Let's see first. Jimbo, second question. Life on the Seas, by kid. Third and last. 27. I'm sorry, the end. Sorry, Captain. Ah, nein. Wollt ihr noch mal fragen, los, komm, noch mal. Wollen wir noch mal fragen, los, komm, noch mal. What's happening now? I'll need the key. You still aren't every new... I think I... Let's see first. Jimbo, second question. Life on the Seas, by kid. Third and last. 36. I'm sorry, the end. I'll need you still every... I think I... Let's see first. Jimbo, second question. Life on the Seas, by kid. Third and last. 27. I'm sorry, the end. Das passt auch noch nicht. I'll need the key. You still every... I think I... Let's see first. Jimbo, second question. Life on the Seas, by kid. Third and last. 14. I'm sorry, the end. I'll need you still every... I think I... Let's see if this is first. Jimbo, second question. Hmm... The Little Prince? Third and last. 14. I'm sorry, the end. Okay, the count of this... I'll need you still every... I think I... Let's see first. Jimbo, second qu... Hmm... Third and... 30. I'm sorry, the end. You still every... I think I... Let's see first. Das funktioniert auch nicht. Jimbo, second question. Hmm... The Little Prince? Third and... 27. I'm sorry, the end, sirs. I'll need the key. You still every... I think I... Let's see it first. Jimbo, second question. Life on the Seas, by Kidd. Third and last. 27. I'm sorry, the end, sirs. Nee, das sollte nicht schön. Sorry, Captain. I'll leave you to your business. Good. Go back to your duties, Deckhand. Hmm. It's one of the galley's cannons. Hmm. It's an old cannon. It will be more than 300 years old. At least as old as the adventure galley. It's a relatively new cannon. Probably after the last battle, Kidd replaced the cannons that weren't working anymore. Better not. The ship is docked. It's one of the oldest cannons. You can tell by every notch shows a battle in which it was shot. Eight notches. So, eight battles. An interesting tidbit of information. I guess it's still armed and ready to fire. It's surely the door, it's locked. I have to find, I could ask. When it was opened, the cannon. It's a relatively new cannon. It's a relatively new cannon. Probably after the last battle, Kidd replaced the... I can see the cave in which the ship is docked. It's one of the galley's cannons. It's an old cannon. It will be more than 300 years old. At least as old as the adventure galley. It looks like a voodoo doll. Some prankster guest of Kidd must have left it here after his stay. Better not touch it. I wouldn't want its curse to remain active on some descendant of the represented person. These are books on dressmaking in the 1600s. Evidently, Kidd cared about or some guests left them during his haul. Some boards became... It should be the... How can he do that? How can he do that? What's that for? Life on the Seas. Rules and tasks on board by William Kidd. It seems Kidd was writing a treatise. Okay, William Kidd is already right. Don Quixote de la Mancha. It's one of the first editions. They look like nautical chart. Dad looks busy. Okay, it must be enough to do with the instructions. What's happening now? I open. I'll need the key to access the hold. You still are every new. I think I are. Let's see first. Jimbo. Second question. Life on the Seas by Kidd. Third and last question. How many battles have we faced until today? Eight. Well done. You have the honor of becoming... One of Kidd's pirates. Among us, there is a pact of mutual friendship and loyalty. You deserve the key to access the hold. Thanks, Captain. I'm honored to be part of your crew. Sorry, Captain. Good. Sehr gut. Du willst jetzt Schlüssel benutzen? Perfect. Wow! The legends were true. This is the result of years of piracy in all the seas of the world. It surely contains some spices. They were very precious goods. I don't need it now. It probably contains vanilla or cardamom. They were worth a lot of money. I'm not interested in taking these coffee beans. A golden mask. It seems of European origin. It's a mask. It doesn't seem to come from the Americas. I think it's the loot plundered from the assault on some ship coming from Europe. They will surely be full of doubloons or jewels. But now I have other priorities. It won't be useful like this. It won't be useful like this. It won't be useful like this. Can he not wear these for himself or something? It's not helpful to me like this. It has lots of uses It has lots It has lots of It has lots It has lots of uses Some normal scissors with round edges It has lots of The temptation to examine or take some of those coins is strong But dad takes precedence over everything First I have to take care of him And then together we'll study the galley and its treasure Okay, ich glaube, ich mache auch gleich erstmal Schluss Ich muss nochmal weg Aber wir klopfen nochmal bei Dad an der Tür Was ist jetzt passiert? Sorry, Captain Ich werde dich zu deinem Geschäft Good It won't be useful like this Okay, wir speichern hier erstmal an der Stelle Ich bedanke mich auch erstmal für eure Aufmerksamkeit Und ich denke mal Ah, jetzt haben wir es hier schon gespeichert Genau Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil Ich denke mal, viel ist es nicht mehr, was wir machen müssen Und dann haben wir es hier schon fast geschafft Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Bis zum nächsten Teil Also wir haben uns hier schon mal zum nächsten Mal Ich geb mich jetzt mal wieder hoch Und ich bin jetzt mal erinnert